Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in diesem Game spiele ich Fiora auf der Toplane. Mit mir dabei sind der Mark, der Adrian, der Gian und der Master Pro Gamer. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Schärfe Klinge, schärfer Verstand. Geht los, Mark? Ja, Spaß. Alles klar. Mark guckt noch ein bisschen den Himmel an. Nee, jetzt ist er normal. Ach, jetzt ist er da. Der Himmel ist pink. Nee, jetzt ist er grün. Nee, aber eigentlich knall orange, ohne Witz. Ja, ja, ja. Wir glauben dir alles. Ja, dann halt nicht. Wir haben gerne ein Foto gemacht, Alter. Das sah nämlich irgendwie voll geil aus. Foto-Shop. Na, jetzt ist er aber echt wie er normal. Ja, ja. Ja, ist dunkel. Hm, ist klar. Wir sind going down. So, Junge, strengt euch an. Letzte Game für dieses Jahr. Warum letztes Game? In Bayern, der macht geht. Er hätte da mich nicht als AD Carry einsetzen dürfen. Ah, das geht schon. Pass auf, du bist zu... Best ADC EU West. Weißt es nur noch nicht. Ahem. Achem. Mach da. So, ja, ich, Brent, Mitte und spiel mit den falschen Masterys. Spiel mit den falschen Masterys. Alles klar, danke. Weg, weg, weg. Nee, Brent spielt doch die richtigen Masterys. Ja? Spiel mit Brent nicht mit Thunder Lord? Äh, wir haben eine OGN auf der Bot, ne? Auch die OGN spielt nicht mit Thunder Lord. Das ist ein Spieler. Ja, aber bei Brent ist es mit dem anderen doch noch besser. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Oh Gott, das ist der nervigste Skin aller Zeiten. Der Draven. Das macht die ganze Zeit Squish, wenn der irgendwas trifft. Haha. Oh mein Gott. Oh Gott, geht der mir auf die Eier, der Typ. Der ist ja nur laut. Oh, der Pfannl ist hier. Ich kann dir nicht helfen, komm. Oder? Nein. Warum ist das schon in der Weltreiter-Sprass? Alter, keine Chance gegen Raven, der tötet mich jetzt. Mann, ich will nicht all die Ziele spielen, das ist das Scheiße. Hm. Ich brauche gehen, um Brent zu spielen, Alter. Oh mein Gott, der zu... Oh mein Gott. Ich glaube, ich gehe mich hier hängen. Ich gehe in den Wald und verlaufe mich. Das klingt... Da, wo... Dann kannst du bitte kommen. Warte, ich bin noch nicht mal Level 3 durch den... ...durch das First Blood. First Blood. First Blood. So. Warum machst du First Blood? Weil der Tonto mich abgepasst hat. So, ich komm jetzt. Moana, der Orna Support geht genauso ähnlich wie Brent. Nein. Ich hab ganze acht Farmen, ey. Er ist tot, er ist tot. Danke. Danke. Bitte auch, wenn ich gefällt hab. Was gefällt? Ja, ich hab' den König getroffen. Na egal, das tut's. Geh' ich zurück. Ich komm' zu dir hoch, dann mach' ich. Brauch's nicht. Danke. Funnel ist da? Willst' mir helfen? Ja. Oder beide? Ich komm' entgegen. Ich bin U. Okay. Okay, der dritt ab, oder? Nee. Ich bin hinter dir. Wegen die Sicherheit und so. Das ist auch noch. Ich bin Level 2, der ist Level 4, ey. Kein Zöger. Ey, ich brauch dringend ganz Hilfe auf der Bot-Line, ansonsten ist die Länge drauf. Oh lol, fertig, fertig, komm. Ja, drin oben. Musst du jetzt auch schnell machen, meine Riven ist schon wieder oben. Ich bin unerreicht. Kannst du aber trotzdem jetzt gleich mal vorbeikommen. Jan, kannst du bitte Bot kommen? Ich bin kein guter ADC. Eifel. Ja, warte, ich bin auf der Top-Seite. Ich probier's auf der Top-Seite mal. Ja, weil die wird reinpushen. Kommt, ich dämlich, Alter. Entschuldige, ich einfach backdink. Okay, wollen wir? Komm, komm. Hat gesessen. Geil. Lass ihn mir. Dankeschön. Alles klar. Ja, ich hatte Angst, dass sie mir wieder close. Hättest du machen können, ja, ja. Ja, ich weiß. Kübra drauf. So, jetzt komme ich fort. Spielcoil und laufe. Das passt auf. Echter, die Orianna macht mit ihren Auto-Attacks mehr Schaden als ich. Ja, wegen ihrer passiven. Ja. Okay, reicht. Ja, die Ori ist oben. Bei mir ist Miss Top-Lane immer noch. Oh mein Gott. Ja, das war mega schlecht, mein Freund. Jetzt haben wir keine Chance mehr auf der Bot-Lane. Der Draven hat einen Kill bekommen. Ja, man muss lieber ein bisschen babysitten. Ich sollte jetzt klarkommen mit zwei Kills. Nein. Riven miss. Ach, da ist er. Ja. Hat gerade einen Riven gewartet. Hat gerade einen Riven gewartet. Oh ja, meine Pink haben direkt hier. Ja, das war der Riven eben. Oh nein. Oh nein. Ja, hab sie. Da flasht er. Der Trial ist. Der Trial ist. Der ist gerade gestorben. Ah, cool. Nee, ist nicht gestorben. Toll, der ist geplasht. Der könnte gebraucht auch. Der könnte noch mal unterwegs sein. Ich geh erstmal weg. Oh, jetzt freestad delay. Was sind denn das für Tryhards, alter? Ja. Ja. Kommen in der Mitte. Kommen. Kommen. Alles gut. Ja, kommt nicht wieder. Ich fange gleich an zu roben. Kommen. Ja. Nein. Nein, mein Ult hat verfehlt. Egal, der kriegt er noch. Bleib drauf. Oh, 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 lol. Das war knapp, Alter. Das war knapp, Alter. Danke, John. Danke, John. Ey, kannst du bitte aufhören, die Minions anzugreifen? Ich glaube nicht. Welcher Supporter greift denn bitte die Minions an? Nur unterm Tower kannst du das machen, um zu helfen, aber da musst du auch bisschen gehen. Du hast mir gerade locker drei, vier Last Sits versaut. Ich bin unerreicht. Nein. Und da flash ich noch, ich Idiot. Mist. Ah, der war schlecht. Wandel könnt ihr mitkommen? Mhm. Von der Top-Lane aus. Ah, bis dahin war das so geil, und dann flash ich im falschen Augenblick. Mensch. Danke, John. Der Gank war übel gut, der hat mich ziemlich gut zurück ins Game gebracht. Ihr könnt unten dann auch mal schön Tower ins zweite Gebüsch stellen, wenn ihr mal Zeit habt und das hinkriegt. Dann mal hier ne Ward rein, bitte. Genau. Port hab ich nämlich ready. Wenn sie euch wieder durchdrücken, komm ich. Äh, und kauf dir bitte nen Sidestone. Warum kaufst du Damage? Ja. Wir brauchen dringend Vision. Nicht, dass hier der Trundle vorbeikommt, dann sind wir tot. Ich glaub nicht, dass der Botnik kommt, weil Botnik macht sowieso mehr Damage real. Ich glaub ja, dass der auf Babysuit auf Top hinlegt. Mhm. Könnt ich mir jetzt auch vorstellen. Der war schon mal hier. Ja, der hatte aber bei ihm noch keine Kills. Alter, guck mal, der da ist. Top ist übrigens miss. Der Trundle ist botlane. Ja, ja. Sollst du Blue haben? Guck mal. Kann ich aber leider ohne nichts machen jetzt. Oder? Ich komm mal. Zu spät. Komm ich nicht mehr an. Du hättest dir hier hin-tippen müssen dran. Hab zu lange überlegt. Verdammt. Komm, geh ich nochmal vorbei. Der Top. Naja, auf der Bot. Ja. Oh, hoffentlich holt die jetzt nicht meinen Tower. Ach, die Ori hat doch so knapp überlebt. Ne. Riven geht Richtung Mitte. Mark. Bitte? Riven. Riven, komm mit Mitte. Hast... der... Ein Lack, habt ihr sein Leben gesehen? Ne. Habt ihr sein Leben gesehen? Zehn HP. Zehn HP hat er gehabt. I know that feel, Bro. So ein Lacka, Alter. So ein Lacka. Kannst du bitte aufhören, die Minions anzugreifen? Ich will nicht gegen die pushen. Ich will nicht gegen die pushen. Das hat einen Grund, warum ich freeze. Was zumindest versuche. Lass ein bisschen weniger später von der N weg. So. Top-Lane-Tower gehört mir. Hören wir mal? Da ist ein Ward drin. Okay. Kannst aber über Lane kommen, die haben hier definitiv kein Ward drin. Nur pink Ward. Riven ist auch wieder miss. Oder immer noch. Wie auch immer. Nice. Good job. Das bestrafen wir mal. Kannst du bitte aufhören, die Minions anzugreifen? Ja, das ist wegen dem Kakao-Tipp. Dann stell das aus. Das ist mega bad. Also das ist wirklich... Ja. Das versaut mir Last Hits. Mann! Gut Job. Kannst du den Kill nehmen? Ja. Waren braucht auch geht's. Eiskalt. Kenn ich nichts. Ich komm ja nicht umsonst vorbei. Ja. Außer Massage. So, wir können back. Ich hab mein Item fertig. Nee, hab ich noch nicht. 300 Gold noch. Wollen wir da durchpushen? Ja, ne? Wo? Oh damn it. Da ist der Trangle hinter euch. Oh! Hinter wen? Hinter, äh. Hinter. Hint der, äh. Rahmen hinten. Oh damn it! Da kommt noch einer. Save my ass. Nice. Nice. Huuu. Ne, ich muss back, ich hab das Item fertig, sonst wird mehr Damage als ich mit seinem Infinity Edge. Habe ich dir die Minions denn hingezogen, alter WTF? Ok. Alles klar, er hat einen Rat drauf, muss aufpassen. Was ist das für ein Schaden von dem Typen? Er ist halt ein Brand. Das ist ein Brand, alter. Jetzt weißt du, womit ich auf deinem Botlane immer zu tun hab. Das ist... Das ist... Das ist so broken. Ah, ich mithau es doch. Ja. Komm ich auch nicht, Mann. Ich stelle euch mal hier einen Deep Ward, falls jemand Druck auf DP hat, nachher. Äh, Draven ist miss. Er ist... Riven ist bot. Ja, ich komme auch bot jetzt. Aber bin noch ein Stück weg. Oh, da ist Brandy. Dann kommst du, weil sonst haben wir hier gleich die Ohre. Ja. Okay, die ist weg. Oh ey. Oh, wir können die Fassi nicht aufreißen. Aber wir können die Fassi nicht aufreißen. Ich komme, Brand. Komm, Brand. Wir haben Vision. Ja. Na gut. Ja, dafür müsste sogar ein Pink Ward sein. Ja, wenn du nicht willst, Mark. Hörst du mir überhaupt zu? Äh, doch. Ich wollte... Das wird sehr flüber. Wie die Mauer. Das ist ein bisschen schneller. Hm. Okay. Naja, das wäre geil. Ist tot. Brand hat gegen Fiora nun mal null Chance. Versuch mal. Wenn ich schaffe, ein Insect. Läuft. Wettet ihr gespielt? Failed Ult von Orianna. Oh, lol. Du hast die in meinen Q gekickt. Sehr gut. Ich meine, Ult zwar mega gefailed, aber... Kill ist kill. Sehr nice, Janu, Alter. Du rettest mir hier grad so megamäßig den Arsch auf der Botland. Geh weg. Er hätte mich nicht getötet, aber... Vor allem, die bricht ab, wenn er stirbt. Rami ist gleich bei euch. Ich bin auch auf dem Weg. Hi, Brand. Brand ist hinter euch. Er könnte mich halt one-shotten. Hm, ich dreh um. Ach! Hat er geflasht? Ja. Ist in Ordnung, geflasht ist raus. Komm, Ru-Buff, Mark, wenn du möchtest. Was du hörst. Die haben ja eine Wölfe gemacht, weil... Hm, ja, der Trundle war da eben mal drinnen. Hm. Ah, nee. Komm, Mark. Hören wir auf. Die Top-End-App ist okay, ne? Ja, sicher. Klar. Soll ich dir beim Blue helfen, oder willst du, wenn du wiederkommst? Äh, ich mach meinen Leichen wiederkomm. Okay. Mach ich schnell die Wölfe. Okay, dann lasse ich die Welt jetzt so. Kommst du hin, Ram, dann? Oder? Soll ich auspushen? Ne, das ist in Ordnung. Ich komme. Okay. Kannst du Mark gleich beim Blue helfen? Ja. Ja. Brand is miss. Ja, jetzt hast du schon ziemlich gut Damage. Naja, die gehen jetzt voll aggro. Ich hab Teleport für einen Notfall. Wenn, schreit mal schnell. Oh nein. Geh mal nicht so aggro. Die sind uns immer noch ein bisschen voraus. Ja, ich würde weggehen. Der Jungle ist jetzt auch hier. Nett, der Schaden. Done. Ori hat keine Ult. Also... Können wir echt was machen. Brand ist auch hier. Ja. War so schlecht. Alter, wie schnell hat mich der Trundle umgehauen. WTF? Wie viele Kills hat denn der Dude? Für... Okay. Naja, wenn der Draven noch da ist, kann ich es nicht sagen. Kannst du exilieren? Nee, Draven ist auch noch da. Ich komme auch hier. Scheiße, Draven hat zwei Kills bekommen an der Draven. Ich bin auch da. Naja, sind... Drei Kills haben sie bekommen. Warte mal, vielleicht kriegen wir... Warte auf mich. Na, Mark kann den One-Shot. Okay. Ja, aber Mark gerade auch. Oh Mann. Ja, ich kann auch gleich auf den T-Klen. Tja, wir haben das. Irgendwann muss sie in der Mitte gucken, da ist die Riven. Ich glaube ich drehe auch mal ab und komm zu dir Jack Da ist er, mit Brand Wir können reingehen, Digga Er ist einfach stehen geblieben Trundle läuft Richtung River Können wir den machen? Ja, ich dreh gleich wieder ab So, jetzt Wenn er kommt, machen wir ihn Nee Aber er kommt, die sitzen in der Falle Die haben hier gewordelt Den kriegen wir Ja, okay, war einzige Möglichkeit Aber die kriegen wir Ich kann damit nicht überwenden slimen? Nein, doch, aber... Ausradiert, Bitch Ich mach nur schnell einen Bot-Land-Tower, dann komme ich Jo Oh Gott Lass mich nur gut sein Ich hab low mana und keine Ult Na dann geht einfach über Top-Land ist ein guter Fahr Ja, wenn du jetzt viel kurz hin gehst, kriegst du den wahrscheinlich auch Ja, sollte klappen Ja, sollte klappen Hä? Ach, doll Hab ich mich aber leicht verkauft hier irgendwo Hm Hast du noch einen Sprung, Mark? Wir sind da Nice Warte, hab du diesen Escape gesehen, Alter? Oh fuck Ah, guck mal, das ist Voll dumm von mir Aber richtig dumm von mir Hoppla Nice, good job Ich mach hier Top ein bisschen weiter, ja Heute, ich bin kurz zwei Minuten nach Karte, tut mir leid Himmel am gucken Ja, genau Tut mir leid, bis gleich Oh Gott, die Riven ist hier Du kommst safe raus Oh Hab ich weggeultet, ey Eieieieieieieiei Trundle ist Top Ich geh mal mit lane Die sollte aber relativ low Ja, die Riven ist low Die kriegst du noch Oh, Draven ist hinter dir, Digga Kommst weg, ne? Ja Easy Null Botlane Na ja, die Minions, das kommt sich nicht mehr halt Na ja, das ist ja nicht schlimm, das erste Nice, John Kann ich mir die Vögel nehmen? Nimm sie Ich schmeiß sie einmal auf das Feuer, warte Na jetzt nicht mehr, nimm nimm Jetzt würde ich ihn nehmen Gib ihm doch den Rat Kann er auch nehmen Ja, okay, den kann ich aber selber machen Das stimmt Jo Nächster Drag Sechzehn, ja Der macht Tavora Rage-Pack-Trundle-Lol Hab ich doch letztens auch gemacht Er geht ab wie Schmitz-Katze Ich komme Von Draven Und hier ist der Trundle drin Und hier ist er Und der Oriana Ich bin aber auch da Da ist Gewordel Ist mir egal, wenn du'm trinken Ich glaube die warten noch Wir sind nur zu zweit Jaja Na, Flash raus Alter, hat die schon wieder Flash Wow Wir können Drake machen, ne? Oder? Nein, auf keinen Fall Fang den jetzt bloß nicht an Wir krippieren alle, wenn wir den jetzt anfangen Okay Riven aus Mitte Okay, das war schlecht Jetzt müssen wir komplett abdrehen, würde ich sagen, ne? Ne, ich geh mich im Jungle hoch Lass mal abdrehen Ich versuch den mit der Ult zu steelen Ja! Riven! Oh fuck Ah, ich muss flashen Und jetzt sollten wir wieder rein Wenn ich mal hinterher kommen würde So, easy Get out of here! Jetzt fang ich trotzdem Drake an Der Rapper hat mich gefehlt Der Rapper hat mich gefehlt Der Rapper hat mich gefehlt Ja, ganz sicher Ja, der Drake tötet mich halt nebenbei Ja, ganz sicher Hä, wieso? Ist doch alles cool Ja, jetzt wollt ihr mitbomb, Drake haben war's cool Ja, ist doch alles gut Ja, ist doch alles gut Wir sollten sie denen dann contesten Ich hatte noch Ulti, alles Keine Chance Wenn die da reingegangen werden Werden sie alle gestorben Oh, was ist gekommen Adrian, ich stehe CN1 Äh, Top Teleport Alles klar Top, will sie den Tower machen Ich stehe auch erstaunlich gut Ich stehe besser fest Nee, ich wollte damit jetzt nicht angeben oder so Ich wollte damit sagen, äh, die hatten keine Chance Dass die ein Fest Die auch Die stehen alle gut Ja Sieben, fünf, elf, scheech Ich muss aber ganz ehrlich sagen Ich hab meine fünf Kills auch immer Weil die Gangs richtig sexy waren Na ja, so muss das sein, ne? Wenn's mal nicht vernünftig läuft, dann braucht man halt gute Gangs Ja Vor allem wenn ich ADC spiele, ne? Es ist halt echt die einzige Rolle, die ich nun wirklich gar nicht kann Willst du mir nicht helfen, Marc, Alter? Ja, wenn ich alles auf CD hab, geht schlecht Alter Dann sag mir, geh nicht rein oder so Dann wär ich schon wieder weggesandt, naja Jetzt würde ich tanken einfach nur Okay Ausradiert Junge, ich bin Graves, ich hab eine fucking Shotgun dabei Oh, das hat der Tunnel auch grad gemerkt Boom, Headshot Deine Queue geht nicht über Wende, das weißt du, ne? Ja, ja, das weiß ich, deswegen bin ich ihm ja auch so hinterher ge-aht Ge-aht Hört sich auch cool an Top-Land-Tower könnte man einrechnen In der Reve Ich geh mal am Red vorbei und dann geh ich mal gucken Ah, Top-Land-Bot-Land-Bot-Land-Bot-Land-Bot-Land-Bot-Land-Bot-Land-Bot-Land-Bot-Land Gut Schaden gekriegt Oh, ich hab auch noch einen Blue-Bot Sind jetzt alle Mist? Ja, ne? Irgendwo ist eine Ward-Aid da Ja, ich zieh mich zurück Kommt der Draven, der sieht delicious aus Warte mal, hier warte ich auf den Jungen, vielleicht kommt er alleine Ich glaub, der muss sich schaffen Get out of here! Ja, war keine Schandte Er kommt auch nicht, Trundle ist umgedreht Ramp, könnt ihr kommen? Okay Trundle auch, der wird gleich bei euch sein Ich bin grad an der Krabbe dran Grace-Ultis Ja, ich komm dir Riven entgegen Alles klar, na egal, alles gut Riven hat grad die Ulti für die Geister verwendet Cool Was? Da kommt der Trundle Alles klar Läuft bei ihr Oh oh Alter, ich dachte da kommt jemand von uns grad irgendwie, lol Aber ich bin schon vertan Nein, irgendwie das Der ADKB ist auf dem Weg Oh, ne, da komm ich auch nicht mehr raus, ey Das ist ja auch dort Die Minions, die Minions, die Dschungeln Hey, was war das? Oh Gott Nicht gut Da ist Brands, da ist Passive Ja, das ist jetzt echt nicht gut, ey Nee Nee, ich geh da raus Da hast du halt was Poken, aber das kannst du auch nicht machen Schon zwölf Sekunden Inhab kosten Ja, die ist gleich da, wie du denkst Ich kann gegen den Tonle abnick machen Mh, Inhab schaffen sie aber nicht Ah, einfach, einfach Ulti reinkicken, ne? Ob wir jetzt alle mal mit der Sektion Power sind Das bringt nichts, der blockt alles Boah, echt jetzt Ja, aber jetzt Ja, das ist gut Nicht alle Einzelnen reingehen wunderbar, war gut Kriegen den Inhab nicht Ja, guck mal, alle Rennen sind da ja die Ja Oh, hast du TP für Top-Lane ran? Schade Nee, daher nicht, hab ich auch richtig gesehen Ich geh mir Riven kaufen Schade, man das überlebt hat, das war so schön Wir, Leute, wir können auch einfach groupen und mal einen richtigen Teamfight machen Können wir auch So, wo alle da sind Das ist nur so ne Idee Soll ziemlich OP sein in dem Spiel Ach, fuck Oh, Leute, wo wir toppen Wie hast du hingekriegt? Hä? Weil ich meine Q genommen hab Ich hab auch meine Q noch hinterher geschossen, deswegen wundert mich Tja, ich bin schneller Leute, lasst uns doch mal Mitte groupen, weil der Tower hat schon Damage Den können wir eventuell einreißen Kann er machen Ja, dann hin da Ich geh hin und holen Wir können auch Barren machen, weil wir sind nicht frei Ja, können wir auch, komm, Barren Alle Barren Jo, komm mal Hab auch TP, also wenn ihr schon mal anfangen wollt Ich hab noch ganz viel vorbei Na, die wissen nicht so gut Ich glaube, wir schauen, ich kann mit Barren eh nicht so viel machen Und dann kann ich sehen, mach mich zu necken Ja, der ist Der Trundle ist hier unten im Gebüsch hinter euch Da geh ich drauf Oh, Brandyp Oh Gott, die Ori Ich hab diese Damage Supports, ey Ich hab diese Damage Supports, ey Ja Äh, äh, Drake ist auch up In-Hip, in-Hip Ja, wie viele sind noch da? Oriana lebt noch Ja, und Riven Und seh ich nicht Tower geht auf jeden Da ist Riven Ja Ja, nice Oh Die waren auch noch hier, wenn wir wollen Ja Schön Und jetzt könnt ihr In-Hip machen Sechs Sekunden bis Brand Und dann abdrehen und direkt Drake machen Auf einer Low-Life-Site Da könnt ihr euch ja dran wieder hochheilen Ja Machen wir, Chef Ja Einer muss ja mal das Kommando übernehmen, ne? Habt ihr meine lieben Lauf Oh, ne Aber jetzt wird's gefährlich Trundle ist hinter euch, hab ich gesehen Aber den fang ich ab Setz'n Wort Mach dir Barron Ah, da ist einer Mach dir Drake und ich fang hier den Riven ab Oh, der von mir ist, hier ist der Bin gleich bei dir Oh, Leute, was ist meine Rete? Ich muss den von Drake wegkicken, damit er nicht schmeißt Ach, der wär auch gut gewesen Der war doch gut Ja, alles gut Nein, dieser Brand Ey, da weicht der aus Ey, da weicht der aus Hast du das gesehen? Ey Da ist der einfach ausgewichen, der Rund Suck my dick, ey Suck my dick, suck my motherfucking dick Ja, vor allem ärgert's mich, weil ich noch Jumos Geisterklinge hatte und nicht eingesetzt Ey, meint ihr das Trinity als Last Item of Graves geil ist? Warte mal Äh, was hast du gebaut? Trinity ist eigentlich... Trinity ist allgemein kein Last Item, ist eigentlich eher ein Early Item bis Mid Item Nee, kommt die Dings, diese... Nochmal, aber du brauchst Angriffstempo mal irgendwas Graves skaliert nicht mehr wirklich auf Angriffstempo Gar nichts? Nein, weil er nachladen muss Ja, weil er nachladen muss immer Ja, weil er nachladen muss Achso Das hier, Auri Und wenn wir nicht groben, hab ich auf Gerwig groben jetzt wieder Ja Wir haben Last Top, Last Toplane Group, da haben wir eine große Wave Ja, toll, ausgerechnet der Platz, von dem wir am meisten Fans Boah, ich will uns mir irgendwo wieder jemanden snacken Hm, ich bleib auch gerade gar nichts Das ist ja Rant unter euch Oh, Rob, no Boah Boah Da machst du ja gar nichts Was war man? Draven Mann Gott Mensch, des Kinders, was ist denn jetzt los hier wieder? Ja, wir wollten Top pushen, zwei waren da, der Rest nicht Ja, das ist los Ja, die waren zu weit da unten, die sind sich schon losgelaufen Müsst doch mal warten Ja Ja Ja, ich wollte Exhaust unter mir gegangen Leider, Exhaust war Premium Hau bloß ab, Mark Egal, die Minutes machen gerade den Tower Sollen die mal weiter schäfen Ja, vielleicht sind sie Aber ich dachte, sie sind Jawohl, hol sie dir Nice Und auch noch anhippen wenigstens Jawohl, schön Bin auf dem Weg, Mark, bin auf dem Weg Kavallerie kommt Oh Gott Da platzt sie Da platzt sie Doch ich Ja, genau, genau gerade dich gewissen Boah, der macht einen Schaden, der Trundle Also wenn man die Blau drauf hat, geht das echt, geht das echt ab, ey Hehehe Dann sag mal, wir haben die Schaden Ah, Giano, Alter, ich hab die eigentlich zum Hochleadchen gebraucht Dann nimm die Top Na, ich nimm mir den Topfarm Ja Boah, 620 AP, ein komplettes Item kommt noch Was für mich da am besten Die bei den Nexus 1000D schon angeflogen Ah, was kauf ich am besten als Last Item, Alter Was hat noch gute Fähigkeitsstärke, was sich lohnt Warte Ah, Personias auf die Blau bringt nicht allzu viel Hm Die kommen jetzt wahrscheinlich alle hier zu mir, ne Wollen wir jetzt mal irgendwie groupen, oder was macht ihr da? Wir haben mal noch Maßnahmen Ja, in der Mitte einfach Wenn wir da den Tiefett gewinnen, können wir beenden Da die beiden Towers schon angeschlagen sind Oder wir machen jetzt halt einfach, wir rushen Barron zu viert Komm, ich hab sogar noch Dings, äh Wieso zu viert, ich komm doch jetzt auch Aber ich, äh Na gut, ich versuch wieder jemanden zu fangen Na ja, die müssen halt Mitte-Dev-Man, wenn die zu uns kommen Warte, warte, warte Ich hab hier Dings Mit die Vögel noch Ich, ich versuch mich wieder irgendwo hinzustellen Und ich versuch wieder jemanden abzufangen Okay Jemand, ich bin jetzt schon mal ankommen Du bist wie ein Brand da oben Komm Geister Ja, mich nicht Rein Nein Nein Bier Er hat ihn bekommen einfach, weil von Brand was durchkam Ja, wenn alle draufdamages ist, ist es schwer Konzipieren, wann es kommt Wenn neun Leute draufhauen Pushen wir mal durch Pushen wir mal durch Einer ist tot Lass doch Barron haben Oh Gott, da sind ja Oh Alter, da haben alle mal auf mich da gewartet Geil Ich wollte die Henke ich noch mit dem Schild hin Aber das hat wohl auch nichts mehr gebracht Ja genau, die versuchen die Nipps zu kriegen Und ich pushe hier oben Toplane Und sonst fliegt's Ach denn Innerhalb würde ich trotzdem abdrehen Die sind immer noch zu viert Ja klar Mach das immer Und dann Ich gebotlane Drake spawnen auch ein 30 Also 40 Und Leute, mach da oben keine Dummheiten mehr Mach da oben keine Dummheiten mehr Fission und Drake noch nicht zu verformen Und dann passt das Ja Alter, der Brand mit dem Ryleis Wir sind tot Was ist denn das? Ich komm nicht weg als Lee gegen den Brand Was für Bullshit Ja, er kann durchgehen dann Oder flauen Naja Damit hab ich jetzt nicht gerechnet mit dem Slow Wie die Schriften nicht? So, okay, dann bin ich der Last Man Standing Dann hau ich ab Naja, Adrien ist auch wieder da Ah, Adrien ist wieder da Gott sei Dank Naja, das wär eh strong Ich hab nicht damit gerechnet, dass ich nicht wegkomme Mit dem Jump und allem drum und dran Na, jetzt können sie Drake machen Das ist gut so Scheiß auf den Drake, man, ist der dritte Ist vollkommen egal Das brauch ich mir als letzter Schutzengel, wa? Naja, Schutzengel lohnt sich nicht mehr Das ist, weil das so gemerbt wurde Sonst hier lieber noch ein Tank-Item holen Benji ist das vielleicht nicht verkehrt Ja, oder Geistessicht Ja, Benji ist Benji ist mehr wert als Geistessicht Ja Skaliert Benji ist denn mit Schlund von Mamoris Dings da? Jaja, klar Okay Das sind ganz sehr unterschiedliche Sachen Ja Können wir jetzt alle Top-Lane groupen? Ja Irgendwo groupen auf jeden Fall ja Aber ich bin voll der Freund von Bottle in zwei Achtung Ja gut, dann seh dich vor da Das... Äh, Mitte, drei Wir müssen Mitte Drei Mitte, zwei Bottle in Waren gerade Ja Also könnte sein, dass die von jetzt hochkommen Ja Machen wir einen Fünfer Kampf von der Mitte Bottle in Waren Bottle in Waren Bottle in Waren Bottle in Waren Ach, Mann Was macht der für einen Schaden? Wer? Rageblade und Davora Bottle in Waren Also hat der Du wirst drüber richtig schon wieder verlieren Keine Chance an die Wer ist noch nicht grad Ganz vorne sogar... Also er ist jetzt verreckt Und der Supporter Warum? Überhaupt Weil ich nicht rausgekommen bin Ja, haltet durch Noch 24 Sekunden Leute Ja Also verloren haben wir es zum Glück noch nicht Aber ja, wir brauchen einen richtig vernünftigen Teamfight Wir haben aber auch nichts, was da richtig reingehen kann, ne? Ja Ich schon Doch, ich schon Aber ähm Unser Supporter war direkt tot Ja, das war der Fehler jetzt nämlich Das hat uns ein bisschen geköpft Sterb da noch nicht Wir sind gleich wieder da Wenn sie den Tor kriegen Ja, lass uns doch Jo, der Damage von Draven Ist klar Geh mal zurück Geh weg, Adrian Adrian Folgt da die Wave noch ein bisschen ausdünn Ja, aber wir sind da Opa, Koppel Toll Oh, ja, noch irgendwie raus Okay Du gehst Toplane? Ja Ganz schnell Die haben schon kein Barrel mehr, oder? Ne, haben sie nicht mehr Da ist Brand Oh, der ist glaub ich ein bisschen in der Opposition Oh, Vorsicht Wer hat nach vorne rum Lass das Und das Support Ja, nicht Ja, nicht Genau solche Sachen stürfst du wieder Der ist Wehen Wir müssen jemanden catchen, wenn es geht Ja Irgendwer portet, das höre ich Boah, ich seh es nicht Ne, mehr Wir müssen jemanden catchen, wenn es geht Wir müssen mal irgendwo verstecken, um jemanden zu catchen Ich mach eigentlich leider auch nicht mehr den Damage, ne Ich mach eigentlich leider auch nicht mehr den Damage, ne Ich setze im Gelben Ja, ist eigentlich selb Der Gelb Der Gelb, der Gelb ist halt auch Stressfirm Hat irgendwer zum Wort zu aufdecken? Ja, ja, ich, genau Ja, ich, genau Wollen wir jetzt von hinten flanken? Oder auch wenn wir beim XP gestern machen Warte mal, warte mal Ne, okay Irgendwas müssen wir jetzt machen, Leute Ja, dann lass von hinten flanken Los Dann alle Nur hoffen, dass ihr jetzt genügend rewardet Und die Carries soll immerhin nicht ganz vorne laufen Das wäre Hm Die warten auch irgendwo Ja Ähm Wie schon leicht blöd, dass sie keiner von uns Die haben sich aufgeteilt Die gehen top lane Die sind alle top, alle hinter Wenn wir die drei Können wir da vorne jetzt catchen Weil zwei sind weiter oben Hier, Trundle, Trundle, Trundle Ich bin auch noch weit weg, Leute Geht ihr nicht alle auf dem Trundle raus? Ich bin noch auf dem Trundle Ja, aber die anderen meinen ich Ich war ein einzig Die anderen sind zehn andere Wir müssen uns beeilen Äh, ne Wir müssen weg Dreht ab Ja, ich bin auch kein Aber nicht einer oder zweier Sondern alle Keine Hübeter mehr Ja, deswegen Geh vor seinen Puschen rein Trundle, komm Trundle Kommt da jetzt alle Ich bin tot Hey, das ist nicht Warum bist du halt so dämlich reingegangen haben? Ach, weil mich die Schildern kotzt So Leute, die macht Die macht schon Maaan Man kann ansagen, was man will Keiner rat Versteh auch irgendwie nicht, warum die da oben schon wieder reingegangen sind Nein, der Trundle hat uns nicht weggelassen Ja, ja Ihr seid aber den Trundle hinterher gelaufen Warum seid ihr nicht einfach weggerannt? Ne, wir sind nicht hinterher gelaufen Wir haben... Hab ich doch gesehen, als ihr das macht Der Brand ist von der Seite gekommen und hat uns nochmal abgehalten Versteh ich irgendwie nicht, wir sind alle hier in den Dreh backgeportet Warum seid ihr nicht weggeportet? Ja, weil der Trundle und der Brand noch da waren und uns abgehalten haben Hörst du nicht? Doch klar, hör ich zu dir Warum seid ihr nicht weggeportet? Ja, weil der Trundle und der Brand uns aufgehalten haben Ja, ich hab auch hier Weiter Okay, mach nachher, okay mach nachher, okay mach nachher Äh, draußen Du bist echt mal vernünftig, du bist nur feiten Ja, und hört mal, wenn ich... Also, einer muss ja Ansagen machen Wenn ich da sage, zurück, dann geht zurück Ram, wir konnten nicht zurück Man, dann spiel doch nicht wie ein Anfänger Das weiß man doch, dass der da kommt Dann weiter zurücklaufen Marco und ich sind doch auch easy zurückgekommen Ja, aber der kam aus dem Gebüsch, Ram Ja, ich hab doch gesehen, ich hab doch gesagt, geht back Ja, warum portet man, wenn man sieht, dass der da kommt? Ja, aber wenn er dich... Wenn er euch nicht ab... Er... Er sucht sich ja jemanden aus Das Ding tritt nicht alle Weißt du, wo ich geportet bin? Hier Und da wär der niemals mehr hingekommen Warum bleibt ihr da stehen? Und das ist genauso, als wenn du beim Baron stehen bleibst und da portest Baron ist gerade eine gute Ansage Lass uns mal zu 5 an Baron groben Wenn der Next Track macht, das ist Baron 4 Nachdem müssen wir contesten Ja, und das... Also alle zum Baron Alle Weil wenn die Baron beschäftigt sind, können wir sie da so ein bisschen stören Ja, macht er erst die Krabbe Und Thundle bist hier Ja, ja, der macht die Krabbe Raus Doch und raus, alle raus, alle raus Scheiß Brand-Ult Ja Haben wir jetzt Zweifel eingetauscht Oh cool Jetzt sollen die aber Baron machen, ne? Ja, hinterm Draven ist auch noch miter Wenn die den bekommen, dann haben wir verletzt Ja, Draven ist miter, das ist eben unsere Chance Ja, die haben mich jetzt gespottet, ich bin ihn geil Ja, die haben mich jetzt gespottet, ich bin ihn geil Geht lieber back, den Baron haben sie eh Ich hab den bei ihm geklaut, ne? Nice Ich hab den Baron auch noch geklaut Ich hab den Baron auch noch geklaut Ja, und wenn du zurückkommst, der echt nah ist Ja gut, dann kommst Ja, der war gut Aber für ihn darf jetzt beide nichts ziehen Ja Oder? Ja Bei den beiden Also hier ist gleich Base schon ein Leider, der Draven will finishen Ich dachte auch Nein, die beiden nicht Ah, dumm Ah, ein Kumpelstift hier So jetzt! Alle Dämpfe müssen hier leben Ja, ich muss mich freuen Das ist alles Ja Tja, der eine Fall da oben Ah, der hat uns jetzt geklappt Ja, leider kein gutes Ende für uns Ja, leider kein gutes Ende für uns Ich hoffe das Game hat euch trotzdem ein wenig gefallen Und ihr schaut mal wieder rein In diesem Sinne, bis bald Euer Ram Ich weiß nicht Dann Vielen Dank.